Der letzte Ball, das Arginale der US-Mette ist bis zu unterwegs. Alexander Foden ist jetzt im Verkehr fest, wie ich so schön immer sah. Jetzt hat er eine Lippe gefunden. Kehrt sich jetzt abhängig vor 3. Der Martin KC ist hier auf Nummer 1. Oh, Einsturz, oh. Alex Foden ist im Kampf mit der 7-9. Mike Mönnig. Und dann hat er den Richter gesetzt. Den Töten für den Händler. Vor der Weg sind Alex Foden auf der 1. Auf der 2, die 7-9. Mike Mönnig. Auf der 2, die 8-9. Mike Mönnig.